Guten Tag, hier ist er, der Bormann, der Lehrer aus Berlin. Was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Heute habe ich einen Tipp mitgebracht. Ich habe gerade ein Interview gesehen. Gunnar Kaiser im Gespräch mit Matthias Buchert vom Feinsten. Philosophie vom Besten. Wo stehen wir gerade? Thema Existenz, Thema Essenz. Was macht uns überhaupt aus? Wo wollen wir hin? Wird es jemals wieder so sein, wie vorher? Wie sieht unsere neue Normalität aus? Was können wir selbst dazu tun? Sehr interessante Gedanken in einem Fort. Tja, und ansonsten... Habe ich sonst noch was Wichtiges? Nö, heute nicht. Also, machen Sie es gut. Das mache ich auch. In der Beschreibung finden Sie den Link zum Interview. Und ich schreibe es auch noch mal in einen angepinnten Kommentar rein, damit es dann unübersehbar wird. Gunnar Kaiser und Matthias Buchert im Gespräch zum Homo Hygienicus. R Saber ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020